Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ja, mein Name ist Niklas Brünker. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Zwistal. Was machst du? Ich arbeite als Softwareentwickler bei Helga Consulting und bin dort Fullstack-Entwickler. Mein Technologiestack ist Java im Backend mit dem Framework Spring und React im Frontend, wobei ich da teilweise auch Angular benutze, je nachdem, was im Projekt benötigt wird. Wie bist du da hingekommen? Ich habe mich schon sehr früh für Computer interessiert. Zu Beginn als Kind habe ich mich mit den Computern von meinen älteren Brüdern beschäftigt, hauptsächlich Spiele gespielt darauf. Und als ich älter wurde, habe ich einen eigenen Computer bekommen. Und dort haben wir dann gemeinsam mit Freunden einen Spieleserver aufgesetzt und auch kleinere Skripte geschrieben. Nach meinem Abitur habe ich mich dann für das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens entschieden. Und dort hatten wir das Modul Informationstechnologie, wo wir in C kleinere Skripte schreiben durften und mit C++ Mikrocontroller programmieren durften. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass mir die Softwareentwicklung sehr viel Spaß macht. Nach dem Studium habe ich dann kleinere Python-Skripte in meinem ersten Beruf schreiben dürfen. Und dort habe ich dann eigentlich erkannt, dass die Zeit schnell verfliegt beim Programmieren. Und ich habe mich dann für einen Berufswechsel entschieden in die Softwareentwicklung, voll in die Softwareentwicklung. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ich glaube, der wichtigste Eckpfeiler war tatsächlich im Studium. Also, dass wir dort kleinere Programme auf den Mikrocontrollern programmieren durften. Da habe ich direkt gemerkt, okay, ich kann irgendwie meine Kreativität und meine Logik in ein Softwareprogramm reinstecken und am Ende dann halt ein Ergebnis herausbekommen. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert, was so die eigene Arbeit am Ende dann bewirken kann. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Ich habe jetzt schon häufiger gemerkt, dass wenn Projekte eine sehr ausgefeilte Architektur haben, dass es nach so einer initialen Einarbeitungsphase wesentlich mehr Spaß macht, dort zu programmieren. Man kann mit weniger Frust an die Aufgaben rangehen, weil man ja schneller auch einen Überblick bekommt, weil viele Sachen standardisierter sind, dokumentierter sind. Genau, aus dem Grund führt halt eine gute Architektur in einem Projekt häufig dazu, dass man eben weniger Bugs einbaut und gleichzeitig ja auch den Kunden zufriedenstellen kann, weil er ja auch davon profitiert natürlich. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, meine Karriere in IT ist natürlich noch nicht so lang. Deshalb habe ich bisher noch keine wirklich schlimmen beruflichen Momente. Aber es ist immer sehr unangenehm, wenn man ein Ticket bearbeitet und das dann produktiv geht. Das heißt, dass es dann praktisch von den Kunden, das Feature von den Kunden benutzt werden kann und dieses Feature dann nicht richtig funktioniert. Das heißt, kurze Zeit, nachdem die Kunden das eben nutzen können, dann eine E-Mail ins Support-Postfach kommt, ja, gesagt wird, dass es eben nicht funktioniert. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Also ich glaube, das Wichtigste ist Neugierde. In der Softwareentwicklung gibt es immer wieder neue Bereiche, in die man sich einarbeiten muss und man muss immer wieder fremden Code lesen. Man ist immer wieder mit neuen Anforderungen konfrontiert. Deshalb ist es so wichtig, dass man irgendwie neugierig ist und sich immer wieder fragt, okay, wie funktioniert denn jetzt überhaupt das Ganze? Und genau, wenn man das eben nicht mitnimmt, dann ist es doch sehr schwierig in der Softwareentwicklung. Und ich glaube, dass ich diese Neugierde schon mitbringe, weil ich mich doch auch unabhängig von der Softwareentwicklung häufig frage, wie funktioniert denn etwas und warum funktioniert es denn so? Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Aktuell konzentriere ich mich darauf, dass ich meine bisherigen technischen Fähigkeiten weiter vertiefe. Das finde ich sehr wichtig, weil je tiefer man die Frameworks und Bibliotheken und auch Programmiersprachen kennt, die man verwendet, desto eher kann man auch potenzielle Fehlerquellen in Zukunft ausschließen. Genau, und das führt am Ende dann halt auch zu höherer Qualität, die man dann abliefern kann. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? In der Softwareentwicklung ist es immer sehr wichtig, dass man auf dem Laufenden bleibt, weil Frameworks, die in diesem Jahr noch aktuell sind, müssen es im nächsten Jahr nicht unbedingt mehr sein. Das heißt, es ist praktisch immer ein sehr hoher Druck, dass man sich immer wieder auf die aktuellen Themen vorbereitet und sich stetig weiterbildet. Es kann interessant sein und auch Spaß machen, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber es kann eben auch eine Art Belastung sein, weil es ist eben ein stetiger Druck, da sich weiterzubilden. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in dem Alter Sachen ausprobiert. Also mal für mich selber gesprochen, du solltest eher deinen Interessen folgen und auch verschiedene Berufszweige einfach mal ausprobieren, durch zum Beispiel Praktika oder mal irgendwo reinschnuppern, anderweitig. Was auch sehr wichtig ist, dass man sich in dem Alter nicht von Misserfolgen zu stark beeinflussen lässt, weil es ist wichtig, dass man einfach mal was ausprobiert und am Ende zählt eigentlich die Erfahrung und nicht, ob es wirklich gut war oder schlecht. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, probiert Neues aus. Es ist eigentlich nie zu spät, auch eventuell den Berufszweig zu wechseln, so wie ich es eigentlich auch getan habe. Ich glaube, dass, wenn man seinen Interessen folgt, dass man am Ende immer gut ist in den Sachen. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel für IT interessiert und dafür auch privat oder eben zu Hause euch dafür interessiert, dann werdet ihr, glaube ich, auch im IT-Beruf sehr gut aufgehoben sein und auch eventuell Kenntnisse, die euch jetzt noch fehlen, auch sehr gut nachholen können. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn man ja so auch in der IT viel am Schreibtisch sitzt oder maximal steht, ist es auch wichtig, dass man eine Art sportlichen Ausgleich hat und deshalb gehe ich gerne ins Fitnessstudio dreimal die Woche und versuche aktuell mich im Gewichtheben so ein bisschen weiterzuentwickeln. Das war mein Brief gott! Ben und ich werde diesem für mich noch ein paar Zeitbing uns shooten, dann auch einen Labor Ort zwischen Abraumspannringen über den Menschen bewerben, Später sind dasselbe遠 gekommen ist jetzt ein paar Sägecht, Vielen Dank.